Der Kryptomarkt ist innerhalb von kürzester Zeit um 30% gejobbt. Was sind die Gründe hierfür? Wie können wir daraus profitieren? Beziehungsweise wird es noch weiter nach unten gehen? Das besprechen wir heute. Moin Leute und willkommen zum nächsten Video. Heute machen wir mal eine kleine Kryptoanalyse, beziehungsweise wir gucken mal die News an. Warum ist das Ganze denn gejobbt? Es sind innerhalb von kürzester Zeit ist das Ganze hier 30% gejobbt. Natürlich jetzt nicht Bitcoin, sondern ich rede hier einmal von Cardano, von Polygon und von Matic. Warum es jetzt gerade die drei betrifft? Es sind natürlich auch noch andere Altcoins, die darunter fallen. Aber warum sind genau diese jetzt davon betroffen? Die Gründe sind relativ leicht. Wir können uns das Ganze hier einmal anschauen. Anfang dieser Woche verklagte ja die SEC die Kryptounternehmen Binance und Coinbase. Das haben wir alle soweit mitbekommen. Die SEC hat behauptet, dass es sich bei einer Reihe von Kryptowährungen, die auf diesen Plattformen gehandelt werden, um nicht registrierte Wertpapiere handelt. Darunter drei, die derzeit von Robinhood Krypto unterstützt werden. Das heißt, Robinhood hat jetzt gesagt, alles klar, die drei Kryptowährungen, die ich gerade genannt habe, also Cardano, Matic und Polygon. Die drei betreffen das jetzt. Da hat Robinhood gesagt, nö, die nehmen wir raus. Da haben wir nichts mehr mit zu tun. Natürlich sind diese News jetzt nicht gerade gut für diese Währungsparapiere. Und jetzt haben natürlich die Leute Angst, dass sich das auf anderen Plattformen auch nochmal widerspiegelt, dass die da einfach mitziehen, die auch noch mit runternehmen. Und vielleicht noch andere, die auch noch komplett in der Anklage mit drin standen. Das heißt, wir gucken uns dazu jetzt einmal kurz an, was denn noch so davon betroffen ist hier. Also wir haben hier Cardano, seht ihr hier, Dogecoin. Natürlich alles gedroppt hier, Tron ist gedroppt, Solana. Es hat im Endeffekt alles betroffen. Auch Bitcoin hat ordentlich Prozente wieder verloren. Genauso wie Ethereum müssen wir jetzt Angst haben, dass das Ganze weiter droppt. Da kann ich euch beruhigen. Ich sage tatsächlich nein. Warum nicht? Dazu müssen wir jetzt in die technische Analyse mal rüberspringen und uns das Ganze da angucken, weil es ist wirklich alles nicht so schlimm, wie es jetzt aussieht. Dann lasst uns die schönen News zuerst machen hier, nämlich Bitcoin. Bitcoin hat das natürlich auch komplett getroffen. Und wir sind hier halt innerhalb von eines Tages, wir sind hier im Tageschart, sind wir hier direkt mal um drei bis vier Prozent gedroppt. Wir hatten natürlich auch vor ein paar Tagen schon den ersten Drop. Das war jetzt der zweite. Natürlich kann das sein, dass jetzt hier auch schon der Botten gebildet wird. Aber ihr seht ja, wie das Ganze aussieht. Wir haben immer noch nicht hier unten den Bereich hier angetestet. Wir könnten diese Zone hier ein bisschen größer zeichnen, aber selbst da hätten wir im Tageschart den Preis hier noch nicht angetestet. Wir haben die 25.000 glatt noch nicht ein einziges Mal erreicht. Das heißt, ich plädiere darauf, dass das Ganze hier so aussehen wird. Warum? Lass uns das Ganze mal im größeren Timeframe angucken. Wir haben hier einen ganz klaren Abtrend. Wir haben hier auch eine Bull Flag. Wenn ihr euch das Ganze anschaut hier, das Ganze kommt von hier unten, hat jetzt so quasi einen Parallelchannel geformt. Für mich ist das klar immer noch ein Abtrend. Das Ganze sieht sehr, sehr bullisch aus. Und die News helfen jetzt uns natürlich nur, dass wir noch mal ein bisschen bessere Einkaufsmöglichkeiten bekommen. Ganz einfach. So sehe ich das. Deswegen werde ich auch definitiv nachkaufen. Natürlich ist das jetzt hier nur der Bitcoin-Chart. Man kann das Ganze aber auch im Ethereum-Chart zum Beispiel sich auch angucken. Den habe ich jetzt nicht so extrem analysiert. Aber hier sehen wir auch, wir haben hier einen enormen Support-Bereich, wo wir jetzt momentan sind. Die rote Linie hier ist 200er EMA. Da haben wir jetzt auf jeden Fall direkt Support gefunden. Und das Ganze kann von da aus jetzt auch direkt wieder long weitergehen. Haben wir die Möglichkeit, dass wir hier noch weiter nach unten hin droppen? Ja, bei Ethereum haben wir das auf jeden Fall. Wenn wir uns hier noch mal eine Abtrend-Linie einzeichnen, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, auf 1.6 auch noch runterzukommen. Wäre immer noch in unserem Support-Bereich, in unserer Support-Zone hier. Also da auch noch alles im grünen Bereich. Gute Möglichkeiten, wieder bei gewissen Coins, Ethereum oder Bitcoin oder halt auch bei Alt-Coins einzusteigen. Und die Alt-Coins sind da tatsächlich eher die Priorität. Warum? Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Natürlich extrem gejobbt ist. Und wo geht das Ganze jetzt noch hin? Wo geht ADA jetzt noch hin? Das heißt, ja, wir haben hier natürlich immer noch mehr Platz nach unten. Das Ganze kann hier auch noch weiter nach unten hin droppen. Man kann das Ganze aber auch eher so sehen. Wir sind gerade am Wochenende. Am Wochenende wird gerne der Markt ein bisschen manipuliert und so weiter. Das heißt, wir könnten sagen, das hier könnte unser Support-Bereich sein. Das heißt, das sind sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Das kann gut sein, dass nächste Woche schon wieder alles rosiger aussieht und das Ganze eher wieder Richtung Long geht. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Aber denkt daran, natürlich können wir noch weiter nach unten droppen. Aber warum sollten wir denn jetzt großartig hier nicht nachkaufen? Bessere Chancen kriegen wir nicht mehr. Glaubt mir, bessere Chancen kriegen wir nicht mehr. Natürlich kann das Ganze noch weiter nach unten droppen. Aber dann habt ihr ja noch mehr Angst und noch mehr Angst. Deswegen nutzt eure Chancen und kauft euch natürlich jetzt hier nicht nur ADA oder sonst was ein, sondern halt auch andere Altcoins. Es ist momentan der ganze Markt ist betroffen. Eure Altcoins, eurer Wahl könnt ihr euch jetzt schon langsam ins Depot hauen und mal ordentlich da nachkaufen. Natürlich können wir hier auch bei Solana reingucken. Gleiches Prinzip bei Solana. Da sieht das sogar noch ein bisschen besser aus, weil da haben wir natürlich noch Chancen, dass wir hier noch viel weiter nach unten kommen. Aber generell sind wir hier in einem großen Widerstandsblock angekommen, wo jetzt der Preis auch sofort wieder reagiert hat. Ihr seht schon, das Ganze geht hier schon wieder mit einem Weg nach oben. Das heißt, die Leute sind bereit, auf jeden Fall gerade ordentlich hier reinzukaufen. Ich habe auch schon ein bisschen was nachgekauft. Also ich bin schon fertig. Seid ihr schon ready? Falls ihr euch noch gar keinen Account gemacht habt hier im Kryptobereich und so weiter, könnt ihr bei Binance zum Beispiel euch gerne einen machen. Habe ich Tutorials so gemacht. Links findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung dazu. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, bei Matic sieht das Ganze genauso aus. Also es ist überall dasselbe Pattern, dasselbe Prinzip. Das Ganze holt sich jetzt hier nochmal Support und kann dann noch weiter wieder Richtung Long gehen. Das heißt, super Einkaufsmöglichkeiten momentan für mehrere Altcoins, für Matic, Solana, Ada. Wenn ihr da jetzt nicht auf den Zug mit aufspringen wollt und sagt, ne, die News sind mir aber zu kritisch, ja, dann sucht ihr euch halt irgendwelche anderen Altcoins raus. Ihr werdet da schon was finden. Keine Ahnung, es gibt Leute, die lieben es auch Shiba zu kaufen. Shiba momentan hier, gut, der Chart geht nicht so weit nach hinten, aber Shiba auf jeden Fall auch ordentlich nach unten gedroppt. Man kann Shiba nachkaufen, würde ich jetzt nicht empfehlen. Genauso wie Dogecoin, die habe ich hier nur auf der Liste, weil das Ganze halt einfach so, ja, diese Meme-Coins-Szene-mäßig unterwegs sind. Aber hier unten habe ich, ihr seht schon meine Watchlist hier, ne, seht ihr nicht, meine Watchlist hier unten, da habe ich noch ein paar drauf. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr euch die natürlich auch mal mit reinhauen. Heißt jetzt nicht, dass ich die hier alle komplett auch gekauft habe, aber Watchlist heißt, die habe ich auf jeden Fall als Favoriten auserkoren. Da werde ich auf jeden Fall dann in Zukunft drauf achten, wenn da gute Preise sind und die sind momentan Nummer, dann kann man da auf jeden Fall ein bisschen was nachkaufen. Das heißt, macht euch nicht zum großen Kopf, alles ist gut. Schlechte News sind gut für uns, wir können gut einkaufen, weil wir wollen das Ganze natürlich langfristig hier investieren. Das heißt, das ist jetzt hier nicht Trading, sondern wir wollen langfristig einfach nur ganz normal auf unsere Wallet nochmal wieder ordentlich ein paar Coins raufhauen. Eure Projekte, eure Wahl natürlich, die haut ihr euch ins Depot und da könnt ihr momentan nicht viel falsch machen. Natürlich kann es noch viel weiter droppen. Und dann kaufen wir halt nochmal nach, ist doch kein Problem. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo ihr sagt, tatsächlich, Trader G, du hattest recht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch haben die News gefallen hier, dass ich da auch mal Stellung zugenommen habe. Falls es euch wirklich gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, da einen Kommentar und abonniert diesen Channel, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die meisten von euch haben noch gar nicht abonniert. Das ist ein Klick und hilft mir, weiterhin zu wachsen. Also, ich würde mich sehr freuen über euren Support. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.